Mein Name ist Florence Maurice. Ich bin seit 2001 als freiberufliche Trainerin tätig und Autorin zahlreicher Fachbücher und Artikel aus dem Setzig Webseiten um. In diesem Videotraining stelle ich Ihnen die Neuerungen von PHP 7 vor. PHP 7 heißt die neue Version von PHP und der Umstieg lohnt sich. Ein Hauptvorteil von PHP 7 ist die wesentlich verbesserte Geschwindigkeit. Das heißt, ohne dass Sie etwas an Ihrem Code ändern müssen, werden Ihre Seiten schneller ausgeliefert. PHP 7 bietet außerdem eine Reihe von Neuerungen. Da wären die skalaren Typdefinitionen und Return-Type-Deklarationen. Auch gibt es zwei neue Operatoren, den Null-Coalescing-Operator, zwei Fragezeichen, oder den Spaceship-Operator, der Vergleichsfunktionen vereinfacht. Eine weitere Neuerung ist die Behandlung von Fehlern. Viele fatale Fehler lassen sich nun abfangen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die in PHP 7 nicht mehr funktionieren. Wenn Sie noch die alte MySQL-Erweiterung nutzen, sollten Sie schleunigst auf MySQL-i oder PDO umsteigen, weil die MySQL-Erweiterung in PHP 7 nicht mehr unterstützt wird. Was es alles an Neuerungen gibt und worauf Sie sich bei PHP 7 einstellen müssen, erfahren Sie in diesem Videotraining. Viel Spaß dabei!